Fischland-Darst-Zingst Die Ferienregion Fischland-Darst-Zingst besteht aus einer 45 Kilometern langen Halbinsel, die im Norden von Mecklenburg-Vorpommern zwischen Rostock und Stralsund zu finden ist. Die Region ist eine der schönsten sowie abwechslungsreichsten Küstenlandschaften der Ostsee. Kilometer lange, weiße Sandstrände, tiefe Wälder, weite Wiesenlandschaften und die Wasserflächen von Ostsee und Bodden bieten dem Besucher ein einzigartiges Naturerlebnis. Region in den südwestlichen Abschnitt der kurz als FDZ bezeichneten Halbinsel bildet das an der schmalsten Stelle nur 300 Meter breite Fischland. Dieses geht bei Ahrenshob ohne natürliche Abgrenzung in den Dars über. An diesen schließt sich, mit dem Preroa-Strom als natürlicher Grenze, östlich der Zingst an. Seit kürzerer Zeit ist die einstige Insel großer Werder östlich von Zingst durch Verlandung auch Teil der Halbinselkette. Ganz im Osten liegt die unbewohnte Inselbock. Der nördlichste Punkt der Halbinsel Fischland-Dars-Zingst heißt daser Ort. Ort-Miniatur-Pipe-Symbol Zingst. Ahrenshob, das Ostsee bat der Eindruck durch die Unberührtheit und Schönheit der Natur zwischen Bodden und Meer, was schon den Maler Paul Müller-Kämpf vor mehr als 100 Jahren faszinierte. Bonn, der staatlich anerkannte Erholungsort liegt am Saaler Bodden und Koppelstrom. Das Eingangstor zum Nationalpark vorbomersche Boddenlandschaft lädt zu ausgiebigen Spaziergängen und Radtouren ein. Preroa, im Norden der Halbinsel Dars befindet sich das Ostseebad Preroa. Mit bis zu fünf Kilometern langen und 100 Meter breiten Sandstränden, die steinlos, windgeschützt und kinderfreundlich sind, gilt es als einer der schönsten Ostseeorte. Wieg auf dem Dars, das ehemalige Fischerdorf, ein staatlich anerkannter Erholungsort, bietet dem Besucherauge einen romantischen Hafen und rohrbedeckte Dächer am Botsteter Bodden. Zingst, Zingst ist die östlichste Gemeinde zwischen Ostsee und Bodden. Das Ostsee-Heilbad liegt inmitten des Nationalparks. Bekannt für sein mildes Reizklima, entwickelte sich Zingst zum Ostseekorort, ohne den dörflichen Charakter zu verlieren. Wurstrow, das Ostseebad Wurstrow zeichnet sich durch seine weithin sichtbare, imposante Kirche, die üppigen Bauerngärten und Alleen hundertjähriger Linden aus. Weitere Ziele der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist geprägt von kontrastreichen Landschaften, Steilufer und Flachküsten, Landzungen und Strandseen, Bodden, Dünen, Wälder, Mur, Salzwiesen sowie Schilfgürtel wechseln sich auf engstem Raum ab. Er reicht von Landflächen Vorpommers im Bereich der Halbinsel Darstzingst bis zu westlich der Insel Rügen gelegenen Gewässern. Das Motto des Schutzgebietes, Natur Natur sein lassen, erlaubt eine natürliche Entwicklung und somit einen Einblick in den Kreislauf der Natur. Der Besucher ist Zeuge von unzähligen Arten, zum Beispiel Hunderttausenden von Zugvögeln, die diese Region alljährlich besuchen. Hintergrund, Bild, hölzerner Grenzpfahl, Ahrenshoop, der SC 04812. JPEG-Pipe-Symbol-Minipipe-Symbol-Hochkant-Pipe-Symbol-Grenzpfahl in Ahrenshoop, der die einstige Grenze von Mecklenburg-Schwerin und der preußischen Provinz Pommern und damit den Übergang vom Fischland zum Darst markiert. Kontraste und abwechslungsreiche Landschaften bilden den Charakter der Halbinsel. Es ist ein Kronjuwel der Natur, welches durch den Nationalpark Vorpommersche Badenlandschaft vor menschlichen Einflüssen streng geschützt wird. Vor allem Maler und Dichter, Wissenschaftler sowie Denker schätzten die Urwüchsigkeit dieser Region. Mit Binsel und Farbe, in Gedichten und Geschichten, versuchen sie immer wieder die rauen Naturgewalten auf Leinwand und Papier einzufangen. Seither legt man großen Wert auf alles Ursprüngliche, auf die gewachsenen Dorfstrukturen und die regionale Baukultur. Sogar neue Häuser werden mit Schilf gedeckt, glatt verputzt, kräftig angestrichen und mit reich verzierten Türen versehen, um den typischen Charakter zu erhalten. Wer einmal vom unwiderstehlichen Zauber dieser Region gefangen wurde, wird sich ihm schwer wieder entziehen können. Die historische Grenze zwischen dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, bzw. von 1934 bis 1945 dem Land Mecklenburg, und der preußischen Provinz Pommern verlief auf der Halbinsel. Der Dars und der Zingst gehören demnach zu Vorpommern, Fischland dagegen zu Mecklenburg. Vom preußischen Festland auf die ebenfalls preußischen Teile der Halbinsel kam man also nur auf dem Seeweg über den Bodden oder durch das mecklenburgische Ausland. Früher betätigten sich viele Fischer auch als Schmuggler und brachten Waren, die in dem jeweils anderen Land weniger besteuert waren, über den Saaler Bodden, was unter anderem im Werk der Dars als Magler des Heimatdichters Johann Segebert und den alljährlichen Dars-Festspielen thematisiert wird. In der Gegenwart hat die Differenzierung zwischen Mecklenburg und Pommern aber keine praktischen Auswirkungen mehr. Die gesamte Halbinsel gehört nach heutiger Verwaltungsgliederung zum Landkreis vor Pommern-Rügen. Lediglich einige ältere Bewohner hissen noch lokal patriotisch im Fischland die blau-gelb-rote Flagge Mecklenburgs mit dem Stierkopf, während man auf dem Dars und Zingst vereinzelt das blau-weiße Greifen-Banner-Pommern sehen kann. Mit dem Flugzeug in Bad befindet sich der kleine Ostsee-Flughafen Stralsund-Bad, der überwiegend Rundflüge anbietet. Nächster Regionalflughafen ist Rostock-Lage. Mit der Bahn sowohl in Riednitz-Darmgarten, West, wie auch in Felgast halten alle zwei Stunden Intercity-Züge aus Hamburg-Rostock und Stralsund, einzelne Züge auch durchgängig von Stuttgart, Kassel, Hannover oder Koblenz, Köln, Bremen. Von Berlin kommend, muss man in Rostock umsteigen. In Felgast kann man umsteigen in die Use-Dommer-Bederbahn nach Bad. Ab Bad und Triebnitz-Darmgarten fährt die Buslinie 210 der Verkehrsgemeinschaft Nord-Vorpommern auf die Halbinsel. Fahrradtransport ist möglich. Sie hält in allen Orten der Halbinsel. Fahrzeiten siehe Fahrplan auf www.vvr-bus.de Verkehrsgesellschaft Verpommern-Rügen Mit Stand Sommer 2019 gibt es auf der Linie 210 Sonn- und Feiertags trotz Hochsaison täglich allerdings nur acht Fahrten pro Richtung. Werktags wird immerhin ein Stundentakt angeboten. Von Berlin aus ist man insgesamt knapp fünf Stunden unterwegs, von Hamburg dreieinhalb bis vier Stunden. Für die Zukunft gibt es umstrittene Pläne, auch die Darsbahn wieder auf die Halbinsel bis nach Zingst oder gar bis Brero verkehren zu lassen. Derzeit endet die Strecke in Bad auf dem Festland. 2017 drohte sogar auf dem Verbliebenen-Teilstück Bad Felgast die Einstellung des Zugverkehrs. Weitere Infos, auch zur Reaktivierung, sieh Wikipedia-Artikel Darsbahn Mit dem Bus der Ostsee-Express fährt während der Sommersaison, Mitte Mai, Mitte September, jeden Samstag ohne Umsteigen von Dresden nach Wustro, Ahrenshoop, Born, Brero und Zingst. Die Hin- und Rückfahrt kostet 97 Euro. Fahrplan Auf der Straße Hauptstraße der Halbinsel ist die L21, die bei Riebnitz-Dammgarten von der B105, Rostock, Stralsund, abgeht, durch alle wichtigen Orte der Halbinsel führt und über eine Brücke bei Bad wieder aufs Festland kommt. In den Ferienzeiten kommt es vor allem an Samstagern, An- und Abreisetag der meisten Ferienwohnungen, oft zu längeren Staus. Aus Richtung Berlin, auf A24 in Richtung Hamburg fahren, am Dreieck Wittstock Dosse auf der A19 Richtung Rostock wechseln, an der Ausfahrt 6-Rostock-Ost auf die B105 Richtung Riebnitz-Dammgarten wechseln, nach 18 Kilometern links abbiegen auf die L21 Richtung Flischland-Dast-Zingst. Fahrzeit von Berlin ca. 3 Stunden Aus Richtung Hamburg, auf der A20 in Richtung Rostock fahren, am Kreuz Rostock auf der A19 Richtung Rostock über Seehafen-Kessin wechseln, bei der Ausfahrt 6-Rostock-Ost auf die B105 Richtung Riebnitz-Dammgarten fahren, dann weiter wie oben. Fahrzeit von Hamburg 2,5 bis 3 Stunden Aus Richtung Stralsund kommt es darauf an, ob man auf Zingstars oder nach Fischland möchte, für Ersteres ist es kürzer, die B105 bereits bei Lönitz zu verlassen und über Bahrt zu fahren, für Letzteres bleibt man bis Riebnitz-Dammgarten auf der B105. Mit dem Schiff rund um die Bodengewässer befinden sich Häfen und Anlegestellen. Auf der Ostseeseite gibt es zwischen Rostock und Rügen nur den Hafen am Darser Ort, welcher nur im Notfall angelaufen werden darf. Linienverkehr gibt es unter anderem von Stralsund nach Zingst, zweieinhalb Stunden. Mit dem Fahrrad der Ostseeküstenradweg erschließt auch die Halbinsel Fischland-Dast-Zingst. Mobilität die mit Abstand meisten Urlauber reisen mit dem eigenen PKW an. So steht das Kfz auch für Ausflüge in der Region zur Verfügung. Eine vor Ort gerne genutzte Form der Mobilität ist das Fahrrad. Der Ostseeküstenradweg verbindet alle Orte der Region. Der führt landschaftlich schön am Borden entlang. Zum Teil sind Sehenswürdigkeiten wie die Landspitze Darser Ort im Nationalpark auch nur per Fahrrad bzw. zu Fuß erreichbar. Mit dem Bus die Verkehrsgemeinschaft Nord-Vorpommern-Rügen, VVR, verkehrt auf der Linie 210 mehrmals täglich zwischen Rebnitz-Darmgarten, Bahnerschlass, Wurstrow, Ahrenshoop, Born, Brero, Zingst, Barth, Bahnerschlass. Allerdings ist der Sommerfahrplan der Linie 210 zum Teil recht dünn. So verkehren zum Beispiel an Sonntagen trotz Hochsaisons gerade einmal acht Fahrten täglich pro Richtung. Werktags gibt es immerhin einen Stundentag. Weiteres Ihr Fahrplan auf www.vvr-bus.de Verkehrsgesellschaft vor Pommern-Rügen Es können Einzeltickets erworben werden oder auch das Touristenticket Nord-Vorpommern, welches berechtigt von Samstag bis Sonntag der Folgewoche die Busse der VGN auf allen Linien beliebig oft zu benutzen. Der Preis beträgt 25 Euro pro Person bzw. 15 Euro ermäßigt. Des Weiteren bieten verschiedene Rädereien Touren auf dem Bodden an. Abfahrtsorte sind beispielsweise Brero, Ahrenshoop oder Born. Darßer Ort mit Leuchtturm und Natur Eum Die Wildnordspitze des Darces ist ein gerne besuchtes Tagesziel. Die Küstenlinie ist hier noch starken Veränderungen ausgesetzt. Am Weststrand wird vor allem zur Zeit der Herbst- und Winterstürme Sand abgetragen und nordöstlich der Landspitze wieder angelandet. Die Landspitze ist heute großflächig durch den Nationalpark geschützt. Im Herbst kann die Hirschbrunft beobachtet werden. An der Ostküste des Darßerorts liegt der Nothafen Darßerort. Der Hafen wurde in den 1960 Jahren als Militärhafen für die Marine der DDR errichtet. Private Yachten dürfen den Hafen nur in Notfällen anlaufen. Teilweise ist der Hafen wohl von Versandung bedroht. Wenn der neue Ostseehafen von Brero realisiert ist, unklar, soll der Hafen angeblich vollständig geschlossen werden. Hintergrundzieher auch Wikipedia-Artikel Darßerort Rundwanderweg Darßerort, ein 3,7 Kilometer langer Rundwanderweg erschließt die wilde Natur der Region. Strand, Dünen und Sümpfgebiete finden sich auf der Runde. Gastronomie Das Museumscafé ist nur für Besucher des Museums zugänglich. Öffentliche Toiletten finden sich bei Gebühr Anreise Am besten erreicht man den Leuchtturm per Fahrrad. Direkt gegenüber vom Turm findet sich der Radparkplatz mit Holz an den Bügeln. Die Anfahrt per Kfz ist nicht möglich. Der nächste Parkplatz findet sich in Brero am Bernsteinweg. Ab Bernsteinweg in Brero werden auch Kutschfahrten zum Turm angeboten, zwischen Mai und Anfang November. Weitere Infos hier www.kutschfahrten-bergmann.de Ab Parkplatz Bernsteinweg in Brero verkehrt auch die Wegebahn Darßbahn bis zum Nothafen Darßerort, Fahrplan und Preise. Vom Nothafen gibt es einen attraktiven Wanderweg zum Leuchtturm, knapp zwei Kilometer einfach. Darßwald und Weststrand am Darß. Der urwüchsige Darßwald wird nach Westen zur Ostsee hin von einem etwa 9 Kilometer langen, recht wilden Natursandstrand begrenzt. Bekannt ist der Weststrand auch für die Windflüchter. Die Bäume im Strandbereich haben ihren Wuchs an die vorherrschenden Winderland einwärts angepasst. Dadurch sind bizarre Baumgestalten entstanden. Auf einer gemütlichen Radtour lassen sich alle Ziele des Darßes, Darßwald, Weststrand, Leuchtturm Darßerort mit Natur Eum, problemlos an einem Tag anfahren. An Fahrt das Wald-Weststrand, zum Beispiel bis Parkplatz Dreieichen, gebührenpflichtig, an der Landstraße zwischen Ahrenshoop und Born. Hier findet sich auch ein Bushalt der Linie 210, Name, Born, Dreieichen. Weitere Sehenswürdigkeiten Fischlandkirche mit Aussichtspunkt Das Gotteshaus in Wustro wurde 1873 mit Merkmalen des neugotischen Stils erbaut. Der Turm des Gotteshauses kann bestiegen werden. Schöner Rundblick über den Ort und die Boddenlandschaft. Öffnungszeiten siehe Artikel Wustro Informationszentrum Darßer Arche In Weg auf dem Darß befindet sich die Darßer Arche. Sie informiert über den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und präsentiert selbst ein Musterbeispiel für modernes, innovatives sowie ökologisches Bauen. Außerdem beinhaltet die Arche eine Galerie mit Kreativwerkstatt auf dem Künstlerdeck. www.dassa-arche.de Heimatmuseum in Zingst, zeigt und andere das Zingster Bernsteinzimmer. Aktivitäten von Wassersport bis Tierbeobachtungen Öffnet sich dem Besucher ein breites Feld an Aktivitäten. So bieten Schulen und andere Tauch-, Segel- oder Kitesurfkurse an. Weiterhin besteht die Möglichkeit an Zesenboot- oder Kanufahrten teilzunehmen. Wer lieber aufs Auto verzichtet, kann die Natur zu Fuß, auf dem Rad, zu Pferd oder in der Kutsche erkunden. Ein unvergleichliches Naturschauspiel bietet sich, wenn die Kraniche alljährlich im Frühjahr sowie Herbstrompeten durch die Luft gleiten. Doch auch Jäger und Angler kommen auf Fischland-Dass Zingst auf ihre Kosten. Ein Höhepunkt ist jedes Jahr auch die Wustroer Zesenboot-Regatta auf dem Saaler Borden am 1. Samstag im Juli. Eröffnet durch ein Hafenfest am Vormittag, beginnt die eigentliche Regatta erst mittags. Ein Anschließel in der Tanz-mit-Live-Musik rundet den Abend ab. Küche Die Regionalküche der Halbinsel setzt sich aus den verschiedensten, heimischen Produkten zusammen. Exklusiver Fisch aus dem Bodden sowie der Ostsee und frisches Wild aus den Wäldern des Dars bzw. der südlichen Boddenküste bilden einen Bestandteil. Kräuter der Natur, Produkte von Sanddorn, Honig, Ziegenkäse oder andere Milchprodukte ergänzen die Palette. Aus diesen Zutaten entstehen traditionelle oder auch experimentelle Gerichte und bieten Gaumenfreude auf höchstem Niveau. Beispiele, Roulade vom Ostseedorsch, geräucherte Gänsekeule nach Pommernart, Mecklenburger Rippenbraten nach altem Hausrezept oder Terrine von Daskoer Ziegenkäse. Mehr zum Thema Küche findet man unter, Essen und Trinken in Mecklenburg-Vorpommern. Nachtleben unzählige Konzerte, Freilichtheater, Ausstellungen und andere Veranstaltungen locken den Besucher auf die Halbinsel. Ein Höhepunkt sind die Darser Festspiele, welche auf die Akzeptanz des Plattdeutschen zielen. So werden die Stücke wechselweise in Hochdeutsch-Missingsch und auf Platt gespielt. Praktische Hinweise Fast jeder Küstenort in der Region bittet die Urlauber und Tagesgäste zur Kasse. Die Kurtaxe wird auch als Kurabgabe, Kurkarte, Kurbeitrag oder Tourismusbeitrag bezeichnet, wird zur Reinigung und Instandhaltung der Strände, Promenaden und touristischen Infrastruktur genutzt, oder für kostenfreie Unterhaltungsangebote, Urlaubershuttles, Bäderbahnen, Strand- und Badesicherheit usw. Weiter die Preise liegen zwischen 1 Euro und 3 Euro. Die Kurabgabe wird beim Vermieter eintrichtet, der auch die Kurkarte aushändigt. Eine weitere Möglichkeit ist die örtliche Touristinformation. Für Tagesgäste wird die Gebühr oft an Automaten an den Strandzugängen erhoben. Jeder Küstenort hat seine eigene Regelung was den Preis und und das Mindestalter, ab wann man bezahlen muss, angeht. Auch die Leistungen sind unterschiedlich, in manchen Orten sind die Toiletten kostenlos, in anderen nicht. Nähere Informationen dazu gibt es bei den örtlichen Touristinformationen. Klima ganz Mecklenburg-Vorpommern bietet aufgrund frischer Briesen und geringer Emission die reinste und sauberste Luft in Deutschland, die seit Jahren unter den EU-Grenzwerten und sogar unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Das Klima, welches vor allem durch die Ostsee bestimmt wird, ist gut für Allergiker und vor allem für Menschen mit Atemwegserkrankungen. Die heilsame Wirkung wird bestimmt durch das milde Reizklima, die salzige sowie feuchte Seeluft, die geringen Temperaturschwankungen, dem hohen Luftaustausch und der langen Sonnenscheindauer. Da alle Ostseebäder auf einen küstennahen Wald verweisen können, ist die Luft außerdem sehr sauerstoffreich. Wassertemperaturen für die deutsche Ostseeküste mit Daten für Das Zingst, Seite des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. Ausflüge als interessante Ausflugsziele bieten sich die Hansestädte Stralsund, Rostock sowie eventuell auch Greifswald an. Außerdem ist die Halbinsel optimaler Ausgangspunkt für Touren auf die Insel Rügen. Ein schönes Ziel besonders auch für Familien ist der großzügige Vogelpark Marlow, etwa 25 Kilometer landeinwärts nahe Marlow gelegen.